Getroffen. Jetzt wird's ja interessant, du. Aber fand sie auch nicht so gut. Also wohnt sie hier im Norden? Weiß ich nicht. So, Militärbörsen, alle platt machen. Oh ne, bitte nicht. Was? Ich will wieder auf den China-Server. Warum? Alla Hamas, allam aleikum. Ist das chinesisch lustiger? Warum höre ich denn jetzt? Ha? Ich höre nix. Da versteh ich das wenigstens nicht, was hier geschrien wird. Das ist schrecklich. Bei mir redet hier gar keiner. Alla Wakba. Was war denn noch mal umschalten? Ich hab hier ne Klatze vor mir. Alt T, glaub ich. Nee, das hatte ich ja schon. Ist eben die Media. Jetzt noch mal, äh, sprechen. Ah, sicher. Ja, gleicher Plan wie eben, oder? Was war denn der gleicher Plan wie eben? Ja, oben in den Norden. Also den hatte ich mit Terrik vorhin schon. Ja. Jetzt raus. Richtung Norden. Ja. Was zum Fahren suchen. Toll. Ich wollte in den Militärbasis. Da fliegt doch in die Militärbasis. Nee. Ich bin ein Mitläufer. Direkt unter mir, oder jetzt über mir, ist ein anderer. Dann lass ich doch. Dann lass ich uns nix gut. Zwei sehe ich bei euch. Du brauchst. Ich komm zu Sanni. Nee, bei Terror. Ich muss zu Sanni. Bist du ein Fahrzeug? Nee. Ja, an gleicher Stelle. Ich hab eins. Ich hab eins. Moped an der selben Stelle. Nee, diesmal ein Jeep. Nee. Nee, das geht doch gar nicht. Direkt unter mir. Ich seh ihn auch. Ja. Oh, der andere ist auch schon da. Nein. Nein. Oder andere fliegt da. Oh, der andere fliegt die neue vor mir. Scheiß weg. Ja, er hat mich übersat. Ja, hoch genau. Ich seh nicht. Er kommt raus. Nee, er dreht hoch. Komm wieder rum, komm rum, komm rum. Ja, der hat mich weg. Ich bin weggefahren. Ich bin da. Räche mich. Kann ich nicht. Ach, schüttert. Wer soll denn verpassen? Jetzt ist es erwischt. Ach. Ich weiß auch nicht, wo Terry schon wieder war. Wenn du ihn mal brauchst, weiß er. Ich bin hinter dir. Ich war... So, dann. Neustarten. Ja. Terry, warte auf mich. Warum? Der Arsch. Entschuldigung. Ich hab grad was gefunden. Ja. Gleich genommen. Spielt ihr zweimal kurz eine Runde alleine? Mhm. Ja, weil... Ich muss kurz, ähm, meinen Köffer schicken. Das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich muss ein anderes Format nehmen, um das per WhatsApp zu schicken. Das Format, was ich da hab, das äh... Ich glaub nicht, das braucht grad acht Stunden, um das Video zu schicken, ey. Ja. Ja, gar nicht. Klappst du ne E-Mail? Ja. Ich hab doch auch hier das Handy. Kommt drauf an, wie groß die Datei ist, ne? Ja, die ist schon... Me-Me-Mega-groß. Recht groß. Ach, gritter Schabot. Wie groß ist die denn? Das Video? Mhm. 500 Gramm. Warte, ich kann's dir gleich sagen. Denn... Das ist ja nichts. Also, das Video hat eine Größe von... 16,4 Megabyte. Das kriegst du vielleicht sogar per E-Mail verschickt. Ja, das ähm... Ich will's... Ich guck auf das Kleine gehen. Oh, schön, wie der Chinesen gelabert. Ja, wir haben hier extra für dich bestellt. Danke dir. Ja. Es gibt ja seit ein paar Tagen Monster Hunter World für die Konsolen. Das ist ja an sich so ein Nischentitel aus Japan. Mhm. Ja. Achso, hast du schon markiert. Ja. Ich nehm die obere Seite, du die untere. Ja. Ja. Ich hoffe, du bist unterwegs. Ne. Sitze. Im Fallschirm. Mhm. Ich sehe rechts von mir einen. Ich sehe links von mir einen. Aber der hat eine gelbe Markierung. Ja. Ja. Hat der rechts von dir auch eine gelbe Markierung? Ne, nur orange, ne. Was? Ja. Ich nehme die jetzt von mir aus gesehen eine Seite. Mhm. Die südliche. Mhm. So kann man das auch sagen. Also ich hab schon mal ne Pistole. Pistole und ne Shotgun. 1er Rucksack. Medis hab ich schon gefunden. Flüsse Richtung Norden. Da sind ganz viele untergekommen. Das ist gut. Das ist doch elendig. Ich hab schon ewig nicht mehr gesehen. Oh ne UMP und ne SGL auf einem Fleck. Du kannst ein Lack haben. Rücken war 230 Schuss. Ich renne immer noch mit ner OC rum. Nur mal was. So schlecht war das hier noch hinten. Obwohl da auch keiner rein ist. Wann hab ich ja mal das Glück. Ja. Ich könnte jetzt auf Armbrust wechseln. Hier sind zwei Rucksack. M16. M14. Ich hab gerade eine ganze Wiese. Wovon ich dir auf jeden Fall was abgeben könnte. Ich hab drei Koffer. Ich war der Mann nur hier gerade Schritte. Ich laufe aber gerade nicht. Ich hab zwei Rucksack. Ich hab mehrere Koffer. Ich hab jede Seite zwei. Zwei Rucksack. Ich hab zwei Rucksack. Ich hab zwei Rucksack. Das Auto. Ja. Der muss hier doch rumgelaufen sein. Ja und er hat gesehen das unten alles gelootet ist und er ist dann wieder abgehauen. Wie hast du unten angefangen oder? Ja. du bist ein blind fisch wieso mag ich doch nicht ich habe aber nur meine seite gemacht ja ich bin doch unten bei dir so wo war der zweier rucksack und mittlere erste ebene westliche seite freustück ich sehe schon was noch vertikalen griff ne griffe habe ich vielleicht genau was abgeben ich weiß jetzt nur nicht nämlich ich muss ich habe kein visier genau das habe ich auch nicht eine weste einer helm 3er rucksäck 2er rucksäck wo bist du welche ebene ganz unten lass uns mal treffen wir müssen hier weiter in den süden hier bin ich hier lag der kram also ich habe drei erste hilfe ein verband ein schmerzmittel drei energy ich habe zwei erste hilfe zehn verband ein energy brauchst du sieben ich habe 120 ich habe hier noch 30 ich habe keine waffe für sie wirklich auch nicht ich trage die nur mit mir spazieren falls ich was findet was hier raus ich finde sie eingesperrt das war weiter noch mal in den süden in der hoffnung dass da ein auto liegt ich habe sogar die uzi behalten anstatt m4 16 mitzunehmen ich würde es noch um p und da ist ein auto knappen und abhauen ja ich würde hier die häuser hier vor uns gerne noch mitnehmen kannst du wenn du willst kannst du schon mal zum garagenhaus gehen und du wirst holst nur das auto ja dass der typ hier hingefahren ist ich habe aber auch ein schwein warum hast du es gefunden sei dämpfer für meine ump ansonsten scheint dass wir schon gelutet die aussage kann ich nicht die aussage kann ich nicht auch die 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 eine ne ne ev so munition und eine pistole dazu danke mein erstes visier ein holen ich bin jetzt auch brechend voll, ich renne jetzt mit der AK um wollen wir mal was anderes oder? natürlich ne ja, die AK habe ich schon nachher gehabt, geht ganz gut so wollen wir los? ja ich sitze im Auto oder? ich bin noch nicht im Auto ja, das ist eine Bob-Marke was ist denn besser für ein Format der Bob-Marke? der APAC ach so ne, das ist ja komplett Video HEV? die APAC Video 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 M-P dann 4, aber das war es eben gewusst oder H-E-V-C ich weiß gar nicht genau was ist Knusk, wie bist du los Obi, der Kreis ist da? oh ich weiß gar nicht welche Formate alle von links abgespielt werden alter Ich habe glaube ich immer ganz normale AVI. Ich weiß gar nicht. Erstmal nur grobe Richtung, da ist ein Moped, hinter uns, sind wir gerade vorbeigefahren. Ja, ich wollte noch mal mehr. Gehst du uns doch auf Moped? Hier die beiden Häuser, können wir schon gleich mitnehmen. Jetzt werden wir schon mal runden, wo hinter den Kreis entwickelt. Jo. Oh ne, bitte nicht. Komm schon, echt nicht. Hallo, bitte. Nein. Was denn? Ihr seid gekackt. Das ist gerade etwas ungünstig. Hm, ich steh direkt vor der Tür, ne? Ja. Da wollten mich gerade welche wegsnacken. Mich? Oder dich? Dich. Dazu kam sie aber nicht. Hm. Die Idioten. Oh, was das? Am aktualisieren, blablabla, Fehler aufgedreht. So kommt es ja schon. So kommt es ja schon. Der hat dann 3 Sekunden nachdem ich den Kühlschirm wieder sehe. Haben sie denn noch was dabei gehabt? Ja, jede Menge Munition und Midis und... ...Visiere? Ja, auch. Schön. Immer schön, wenn man durch was gucken kann. Wir haben noch 26 Sekunden. Wege ich mich denn schon? Das sehe ich gerade nicht. Ja, ich müsste laufen. Ich würde mich zum Auto dirigieren und dann kann ich elf drücken. Ich bin da. Ja. Ja, also wenn du noch irgendwas mitnehmen willst, dann jetzt hier reingucken. Hier ist Madik und alles. Alter, was hat er denn jetzt gekommen? Ja, ganz kurz. Entschuldigung. Warte. Warte. Ich gehe nicht. Was ist denn da? Warte. 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 Du hast es nicht gesehen. Warte. Schick mir das einfach mal. In drei. Das ist auch meine Finger. Oh, guck mal. Wir haben das ja gar nicht so weit. Das hätten wir ja auch zu Fuß geben können. Du Idiot. Nee. Wenn du schon mal fährst. Aber das musst du dir nachher echt mit dem Replay mal angucken. Hier sind die Türen offen. Lass uns gleich nach da durch. Ich höre ein Fahrzeug. Ja. Hinter uns. Wie haben die angehalten? Ja, einer ist rausgesprungen. Ja, ich hab den. Ja, ich bin ausgenockt. Ich bin ausgenockt. Ja. Wir werden noch von woanders beschossen. Ich weiß. Kann aber auch nicht zu dir kommen. Ich bin aus. Er wollte mich grad heilen und in dem Moment hat es mich erwischt. Bist du fertig, Terry? Ja. Terry? 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 Soll ich dir helfen? Ja, helfen. Schieb das Ding in den TS. Gib mir deine E-Mail-Adresse und ich schicke dir das aus einem Cloud-Anhang. Aber ich brauch's jetzt gleich sofort. Ja, das geht ganz schnell. Ich brauch nur Videos wahrscheinlich da.